Hallo, willkommen zu Frühstück mit Brillen. Und heute interviewen wir Darren zu Frühstück, ein neuer Band. Und sie kommen jetzt da. Hallo, willkommen zu der Show. Du bist Glück und du bist alle, ja? Ja. Wie geht's? Ich bin sehr froh. Warum? Jeden Tag haben wir viel interviewt. Oh ja. So, ihr Name, warum dauern wir zum Frühstück? Wir haben in ein Frühstück geschafft getraut. Ihr seid sehr junger. Wie alt seid ihr? Ich bin 20. Und ich bin 21. Super. Und Lukas, wer ist der Seiner oder Bad? Ich meh der Arkels und Rammstein. Und du, Alec? Ich lebe in die Hüfte. Oh ja, sehr gut, Bad. Und was macht ihr in der Freizeit? Wir haben keine Freizeit. Wir singen jeden Tag. Hat ihr keine Freizeit? Wir schlafen, arbeiten, essen und manchmal spielen wir Fußball. Und ich schreibe Musik mit allen. Und Luke, was ist dauernd zu Frühstücksmusikstil? Wir singen Indie-Musik. Wo kommt ihr aus? Ich komme aus Kessel und Luke kommt aus Berlin. Warum seid ihr in Berlin leben? Wir haben in Berlin Universität Musik gelernt. Oh, habe ich auch in Berlin Universität gelernt. Das ist sehr gut. Danke für's kommen. Ich hoffe, deine neue CD ist gut und glücklich. Danke. Tschüss. Und morgen, wir sprechen mit David Hasselhoff. Bis ab, bis ab. Untertitelung des ZDF, 2020